12.320 Redstone Bugs pro Tick kostet das und da haben wir einen Dragonheart und einen Dragon's Breath. Großartig! Und wahrscheinlich bekommen wir da auch Dragon Eggs raus, nicht wahr? Obwohl, darüber bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das wäre schlecht, wenn wir das nicht bekämen. Das wäre sehr schlecht, das brauchen wir eigentlich unbedingt. Äh, das weiß ich nicht, ob wir jetzt das Ei auch daraus bekommen. Auf jeden Fall hat er zu wenig Strom. 12.320. Wie viel übertragen denn hier diese, also aus dem, okay, die Conduits sind zu langsam. Die Conduits sind nicht gut genug. Der braucht 12.000 Redstone Flugs, die haben wir. Die könnten wir, äh, ausgeben, aber der hat maximal 6.000. Die haben 51.000, sehr gut. Dann stellen wir mir hier noch ein paar her. Super, 54, perfekt. Und dann werden wir die hier oben einfach austauschen, weil wir haben ja genug Strom. So, wir haben es, also machen wir es auch. So, bam, bap, bap, bap. Sehr gut. Ist doch schön, wenn man sowas austauschen kann, weil man es hat. Und wir produzieren gerade, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie viel wir produzieren. Ich glaube, mehr. So, Fakt ist, dass er jetzt genug Strom hat. Hat er. So, und da haben wir Dragon Egg. Sehr gut, absolut fantastisch. Gut. Es hat also alles so funktioniert, wie wir wollten. Und das bedeutet, wir können uns dann auch so viel, so viel, ähm, Awakened Draconium herstellen, wie wir brauchen. Das ist sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Solar Panel braucht einfach nur Dragon Egg. So, machen wir mal so. Und dann gucken wir mal, ob wir genug haben, um das herzustellen. Woran fehlt es denn? So, wir brauchen ein bisschen Glas, ein bisschen Clay, das ist nicht schlimm. Nochmal ein bisschen Nether Quartz. Und die Dragon Eggs. Also Nether Quartz, Clay und Glas. Okay. Haben wir da noch Sand? 31. Also nicht viel. Da können wir gleich mal in der anderen Dimension gucken. Hier in unserer Spezial-Spezial-Sand-Dimension, ob da vielleicht auch ein bisschen Clay ist. Denn wir haben ja gesehen, dass es hier Gravel gibt. Das ist super. Aber vielleicht gibt es ja unter diesem, unter diesem, unter dieser Gravel-Schicht auch ein bisschen Clay. Sieht jetzt nicht so aus. Scheiße. Okay, jetzt haben wir hier Gravel in der Tasche. Äh, das schadet jetzt auch erstmal nicht. Dann nehmen wir hier ein bisschen Sand mit. So, nochmal ein bisschen Brot essen. Brot ist wirklich mein Lebensretter. Also wenn es, wenn es das Brot nicht gegeben hätte, dann würde der Ender-Drache heute immer noch leben. Deshalb sage ich Danke, Brot. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist, liebes Brot. So. Ja genau, wir können ja von hier auch, von hier aus auch schon mal unser Inventar wieder leer machen. Und noch mehr Sand mitnehmen. Denn Sand scheint so eine Sache zu sein, die wir immer wieder brauchen. Und da brauche ich schon wieder Brot. Ich glaube, wir haben schon lange hier unser Clipboard nicht mehr benutzt. Ich glaube, dass da auch was draufsteht von wegen, äh, dass ich mal eine Farm bauen sollte, damit wir, damit wir was zu essen haben. Eine vernünftige, ähm, eine, eine vernünftige Quelle von Nahrung. Es wäre mal gar nicht schlecht gewesen. Ich habe gerade ein, ein Ghast gehört. Das ist natürlich auch interessant. Okay, jetzt habe ich praktisch kein Geld und kein Essen mehr dabei. Jetzt gehen wir mal lieber. Gehen wir mal lieber. Das reicht jetzt eigentlich, was wir, was wir an Sand haben. Clay finden wir dann nicht. Aber wir haben auch gesehen, wir brauchten irgendwie 30 Clay. Also für das ganze Rezept braucht man irgendwie 80 oder sowas. Also das ist nicht so dramatisch. Das ist nicht so schlimm. Wir können ja hier mal gucken. Glossensis fliegen, fressen haben wir nicht. Steel Production Lane haben wir noch gar nicht. Glass Lapis Upgrade, Solar Flux sind wir dabei. Ja, also die, äh, die können wir, die können wir langsam so ziemlich ignorieren, diese, diese, äh, Liste. Die ist, die hat irgendwie nicht mehr viel Wert. So, dann hauen wir das mal weg hier. Dann gucken wir mal nach Sand. Da haben wir zweieinhalb Tausend. Was nicht viel ist, lasst euch davon nicht täuschen. Weil, äh, 1500 haben jetzt alleine in meine Tasche gepasst. Von daher ist es nicht so viel. So, der stellt jetzt hier erstmal Sand her. Na komm schon, das gibt's ja nicht. Die ist eigentlich zu klein, die Chest. Das ist ja ein Mist. So, hier rein, da rein. So, wunderbar. Okay, der stellt ein Glas hier. Dann brauchen wir erstmal was zu essen. Ich hatte ja doch Karotten, oder nicht? Hatten wir nicht Karotten? Ah, 49 Stück. So, haben wir noch was anderes zu essen? Wir haben noch vier Kirschen, das ist ein bisschen albern. Aber egal, wir nehmen sie mit. Was soll's, vier Kirschen, ist egal. Können wir die Chorusfruit essen? Ja, kann man. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Cooked Chicken haben wir noch. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, wenn wir das essen. Okay. Einmal Cooked Chicken. Und dann können wir ruhig nach oben gehen. Und mal gucken, wie viel Dragons Breath und Dragon Heart und Dragon Egg wir schon haben. Die brauchen wir ja. Draconium Dust. Der Ender Dragon spawnt Draconium Dust. Das ist erfreulich, das wusste ich nicht. Das ist natürlich super. Das ist sehr gut. Fantastisch. Okay, dann müssen wir mal gucken, es könnte gut sein. Oh, den werden wir mal ausstellen hier. Es könnte gut sein, dass der Ender Dragon Spawner uns viel mehr Draconium liefert als die Draconium Seeds. Das werden wir noch sehen. Ich wollte das aber sowieso umformen, dass wir mehr Diamanten als Draconium kriegen. Ich glaube, das brauchen wir dringend da. So. Dann sind wir wieder hier. Brauchen wir nur ein bisschen Nether Quartz. Das wäre... Oder sollen wir Nether Quartz Seeds machen? Nee, das ist albern, glaube ich. Ich glaube, das braucht es nicht. Nee, das ist nicht so schlimm. Wenn wir hier mal... Keine Ahnung. 300, 400 Nether Quartz abbauen. Dann ist das eigentlich genug. Ich meine, keine Ahnung, wie viel wir jetzt hier abbauen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir beim letzten Mal abgebaut haben. Vor ein paar Episoden. Ähm. Das weiß auch nicht so viel. 19? Wirklich? Die Hälfte daneben gefallen. Ja, ja. Meine Füße brennen. Ich weiß. So. Aber Nether Quartz ist ein bisschen... Also mit so viel Ores hier in der Gegend ist es ein bisschen schwer, Nether Quartz zu finden. Das haben ja schon viele Leute gesagt. Das ist bei den stark gemoddeten Minecrafts, wo die Welt vollgestopft ist mit irgendwelchen Ores und Gems und sonst was. Und überall ist irgendwas in den Steinen drin. Das macht ja im Early Game auch sehr viel Spaß, da dann durchzulaufen und die ganzen Sachen einzusammeln, weil einfach in jeder Ecke was ist. Aber es fällt dann ziemlich schnell recht schwer, ganz normale Sachen zu finden wie Kohle und Iron. Dass dann ganz viele Minecraft-Spieler plötzlich verzweifelt auf der Suche nach Iron sind, weil überall nur irgendwelche abgefahrenen Ores in den Wänden sind, aber nichts Normales mehr. Und so habe ich das Gefühl, ist es hier auch. Obwohl ich fast glaube, dass Nether Quartz normalerweise auch nicht so häufig vorkommt. Aber normalerweise ist es der einzige kleine Fleck im Nether, der halt nicht rot ist. Der fällt unglaublich ins Auge. Von daher muss man diesmal einfach ein bisschen genauer gucken. Aber es ist nicht so schlimm. So, jetzt habe ich zweieinhalb Stacks. Das ist super. Dann nehmen wir hier unten noch das große Vorkommen mit. Und dann soll es das auch gewesen sein. So, und wieder zurück. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir Clay finden. Denn ich glaube, den See direkt vor der Basis, den haben wir jetzt wirklich leer geräumt. Da ist einfach nichts mehr übrig. Da können wir nichts mehr machen. Der ist leer. So. Und die Kirschen bringen wirklich nichts. Die Kirschen hätten mich nicht vor dem Tod bewahrt. Brot hat mich vor dem Tod bewahrt. Kirschen nicht. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Das Solar Panel. Was braucht da jetzt noch? Nur Clay, nicht wahr? Nur Clay. 69 gibt es und er braucht noch weitere 75. Ansonsten hat er alles. Sehr gut. Okay, Clay. Also wir brauchen 75 Clay. Also wenn ich mit zwei Stacks zurückkomme, dann reicht das. Aber ich glaube, in dem See hier ist langsam wirklich nichts mehr drin. Außer es gibt so viel Clay unter Wasser, wovon ich gar nicht wusste. Ah ja, vier. Und dann schwimmt das Zeug auch noch. Das macht es nicht wirklich leichter, es einzusammeln, wenn man tauchen kann wie Aquaman. Dann hilft es natürlich alles nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Das lässt sich so schnell abbauen. Das hatte ich ganz vergessen. Okay. Clay ist natürlich relativ weich. Da muss man nicht lange drücken. Ansonsten habe ich gleich den halben Strand im Arm. Das will ich ja auch nicht. Also obwohl Clay kein großes Problem ist, fände ich es schön, wenn wir irgendwie eine Clay-Dimension hätten. So wie die Sand-Dimension. Die ist schon ziemlich cool. Es ist kein großes Problem, aber es ist trotz allem immer wieder ein bisschen Nerviges zu besorgen. Ich meine, jetzt haben wir fünf Stacks. Das ist natürlich jetzt kein großes Problem gewesen. Aber ich finde es immer ein bisschen nervig, das zu holen. So. Aufgeladen. Jetzt haben wir unser Clay. Und dann haben wir gleich das stärkste Solar-Flax-Solar-Panel, das es gibt. So sieht es aus. So. Und das wird jetzt gecraftet. Automatisch. Weil sonst würde ich irre werden. Und braucht 21.000 Bytes. Geil. Jetzt muss 1920 Glass-Paints craften. Da sieht man erst diesen Umfang. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und fast 3000 Holz. Und ich habe in der fünften Staffel versucht, das von Hand zu craften. Keine Chance. Man muss es automatisieren. Bam. Meine Fresse, da wird er jetzt fünf Minuten dran craften. Und so schnell wäre... Also, man würde eine halbe Stunde dran sitzen. Mindestens. Man würde absolut wahnsinnig werden. Großartig. Und dann haben wir ein Solar-Panel, das 32.000 Redstone-Flax pro Tick generiert. Und davon haben wir zwei. Eins kann ich mit auf Reisen nehmen. Und das andere bleibt hier. Weil der generiert ja nur 16.000. So. Und dann brauchen wir den Reaktor nicht mehr. Gut. Und das bedeutet, wir können hier das wegnehmen. Und Diamond Seeds benutzen. So. Genau das werden wir tun. Wir brauchen mehr Diamanten als Draconium. Deshalb machen wir das sogar so. Wir kriegen Draconium von dem Ender Dragon. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir bleiben lieber auf Diamanten. Und bis jetzt haben wir erst fast zwei Diamanten, die wir herstellen können aus den Essences, die wir aus den Seeds haben. Und nicht vergessen, wir haben vier Diamanten gebraucht, um das erst einmal herzustellen. Von daher, bis jetzt sind wir noch nicht im Plus. Aber das macht echt nichts. Guck mal, das Draconium, was hier erstellt wird, das ist toll. Und was der Ender Dragon scheinbar nicht droppt, sind Loot Bags. Da muss der Epic Loot Bag, den ich da eingesammelt habe, von einem Enderman gewesen sein. Und das bedeutet, die ganze Chest wird voll sein mit Dragon's Breath, Dragon's Egg, Dragon Heart und Draconium Dust. Und das ist natürlich ein Anblick, der ist sehr schön. Gut. Und wie sieht's aus? Noch nicht fertig. Er braucht nochmal zwei Minuten. Guck mal, der... Alter, wie viel der noch vorhat. Das ist ja der helle Wahnsinn. Absolut klar. Der ist nur dabei. Er entcraftet 1500 Mirrors. Also, wie gesagt, das... Auch nur für eine Minute zu denken, dass man das von Hand craften kann, das ist absolut absurd. Jetzt gucken wir mal. Solar Panel. Oh, es gibt noch mehr. Es ist noch nicht das Beste. Es gibt nämlich noch Draconic Solar Panel. Und der generiert 131.072. Was für eine seltsame Zahl. Wieso erstellt der nicht 64.000? 131.000. Dafür braucht man... Yvancore und Draconic Energy Core. Yvancore, okay. Da brauchen wir das Fusion Crafting. Und Draconic Energy Core brauchen wir auch hier Fusion Crafting. Mit viel Awakened Draconium. Aber der stellt ja auch 131.000 her. Und dann haben wir noch Chaotic Solar Panel. Tier Chaotic. Und da brauchen wir die Chaos Shard. Und der Chaos Shard... Okay, der stellt eine halbe Million her. Die Chaos Shard ist natürlich etwas, was wir in der letzten Staffel in Beyond Minecraft... Das ist, glaube ich, nicht... Doch, das ist die letzte, glaube ich. In Beyond Minecraft versucht haben... Nee, das ist nicht die letzte. Ist egal. Haben wir in Beyond Minecraft versucht. Und der hat mich gewonshottet. Also bevor wir dieses Solar Panel bauen können... Werden wir definitiv... Avaritia fertig haben, unverwundbar sein und eine Waffe haben, die unendlich viel Schaden hat. Ansonsten wird das nichts. Äh, ja. Genau. Aber deshalb habe ich das nicht als Rezept drin. Und das hier habe ich mir dann auch gespart. Das ist dann irgendwo halber. Vor allem, ich bekomme ja drei raus. Das heißt 1,5 Millionen Redstone Flags pro Tick. Ich wüsste nicht, wofür ich das brauchen würde. Wenn wir jetzt hier 32.000 haben pro Tick... Dann ist das schon mal sehr, sehr ordentlich. Und dann ist das eine... Eine Menge an Strom, die... Die absolut ausreicht. Ich glaube nicht, dass wir für irgendetwas mehr Strom brauchen. Und ja, wir werden ja das Fusion Crafting machen. Aber, ähm, da kann man ja auch Strom, äh, zur Seite legen praktisch. Also man kann ja sagen, ich habe jetzt eine große Batterie, wo so viel Strom geladen ist. Und dann wird da das Fusion Crafting daraus betrieben. Man muss ja das Fusion Crafting nicht mit aktivem Strom speisen. Sondern man kann ja auch, ähm, gespeicherten Strom nehmen. So, Solar Panel 8. Heilige Scheiße, hat ein EMC von 2 Millionen. Hey, das heißt, wenn wir... Oh, die haben kein EMC mehr. Aber die haben ein EMC. Das heißt, wir können mit EMC die wunderbar herstellen. Das ist cool. Okay, Solar Array 8. Haben wir gebaut. Und dann werden wir das mal hier hinstellen. So. Bob. Aber der soll nicht dran sein. So, sehr gut. Da passen, ähm, wie viel rein? Meine Güte, nervt mich doch nicht. Was willst du denn? Sterben willst du? So, wie viel passen da rein? Ähm, 128 Millionen. Gut. So, der hat gerade einen Charge von 11 Millionen. Ich frage mich gerade, woher? Meine Effizienz 0, Lichtlevel 0. Da dürfte eigentlich gerade gar nichts produzieren. Gut, wir gehen mal kurz ins Bett. Und dann wollen wir mal... Dann wollen wir mal sehen. Dann werden wir den hier mal ausschalten. So. Oh, der hat ja auch gar keinen... Der hat auch gar keinen Energy Buffer mehr. Okay, der geht jetzt gerade down. So, der geht jetzt runter, der Strom. Ist klar, weil der Computerstrom zieht. Und der Spawner oben auch. Aber wir gerade keinen Strom produzieren. Aber der Reaktor ist aus. Er hat keinen Energy Buffer mehr. Und der Strom ist bei minus 12.000. So, jetzt müssen wir mal gucken, woran das liegt. Warum das so ist. So. Dieses Solar Panel müsste jetzt eigentlich... Ja, der erstellt 25.000 Redstone Flugs pro Tick. Aber der interne Puffer geht hoch. Der gibt das nicht ab. Okay, das bedeutet... Wir müssen die... Wir müssen die, ähm... Wir müssen das hier erst einmal definieren. Dass der auf der Oberseite... Dass der auf der Oberseite... Seinen Input hat. Und jetzt haben wir plus 61.000. Plus? Ach so, ja natürlich, weil der eine Übertragungsrate von... Ähm... Der hat eine Übertragungsrate von 256.000. Aber er kann nur 32.000 generieren. Das war jetzt der Unterschied. Okay, ich weiß nicht, wo das Thickened Glass hin ist. Wahrscheinlich ist das zu. Aber jetzt... Äh, wahrscheinlich ist das kaputt. Aber jetzt ist er bei In-Out 0. Und der speichert immer noch mehr. So, also sein interner Puffer wird immer noch größer. Obwohl jemand mit 16.000 Redstone Flugs pro Tick abzieht. Aber er stellt 32. Also sein interner Puffer sind nochmal 128.000.000. Und in meine passen 750.000.000. Das heißt, wir haben hier nochmal, keine Ahnung, ein Viertel oder sowas. Oder ein Fünftel mehr an Puffer. Das heißt, es wird über die Nacht locker reichen. Okay, das Fickened Glass ist tatsächlich kaputt gegangen jetzt. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ich wollte ja eigentlich eh schon seit langer Zeit mal den Tower kompletieren. Und wir haben ja hier noch Basic Capacitor Banks. Stellen wir noch 30 her. So. Achso, der stellt jetzt erstmal hier die Gold Nuggets her. Und dann die Basic Capacitor, die Block of Redstone. Das ist cool zu sehen, wie der das macht. Finde ich jedenfalls. So. Der stellt die her. 30 Stück. So, wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Und dann gucken wir mal, ob wir den Tower of Power jetzt nicht mal vervollständigen können. So, mit 49 Stück. Das kommt da rein. Das kommt da rein. So. Können wir den jetzt vervollständigen? Das wäre doch mal ein Highlight, oder? Wenn wir jetzt endlich mal damit fertig sind und der vollständig wird. Also, ich meine, das können wir, ne? So. Shift gedrückt halten und Leertaste gleichzeitig. Ansonsten öffnen wir das Inventar. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wo das Maximum ist. Wie groß die Maxima sein dürfen. Aber bis jetzt macht er mit. Und dann nehmen wir das hier nochmal weg. Das kann gleich wieder ran. Und das hier kommt auch weg. Und dann gehen wir mal hier nach oben. Großartig. So habe ich mir das die ganze Zeit vorgestellt. Ein riesiger Turm, wo man von jeder Etage aus abzapfen kann. Großartig. Ich habe sogar zu viel gebaut. So. Und jetzt kann das normale Energy Conduit da wieder ran. Und jetzt hat auch der Salination Tower wieder seinen Strom, den er aber gar nicht braucht. So. Und von der Idee her sollte hier eigentlich alles voll sein mit Solar Panels. Also mit zwei praktisch gleichzeitig. So. Der verliert jetzt gerade Charge, weil er mehr abgibt, weil in die Capacitor Bank jetzt mehr reinpasst. Das ist der einzige Grund. Aber wir haben einen Plus von 21.000. Das heißt, der produziert fast das Dreifache von dem, was wir wirklich brauchen. Und da passen jetzt 1,12 Milliarden Redstone Flugs rein. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind die Basic Capacitor Banks. Es gibt ja noch viel bessere. Vielleicht bauen wir die irgendwann auch mal und werden die upgraden. Das überlege ich mir noch. Aber dann hätten wir eine Basic Capacitor Bank kann 10 Millionen und die normale Capacitor Bank kann 50 Millionen. Das heißt, wir hätten das Fünffache an Charge. Das heißt, wir hätten hier 5 Milliarden oder fast 6 Milliarden. Und wenn wir auf Vibrant Capacitor Bank gehen, haben wir 250-fach. Dann hätten wir eine Viertel Billion. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir so viel Strom überhaupt brauchen. Das ist halt ein unglaublich großer Puffer, den wir wahrscheinlich nicht benötigen. Gut. Aber das zweite Solar Panel, das sollte ich mir vielleicht für meinen Dimi hier aufheben. Und, ähm, ja. Und dann hat sich das eigentlich hier jetzt mal so langsam. Sehr schön. Dann kann es trotzdem hier weg. So, brauchen wir nicht. Okay. Wir sind jetzt leider noch nicht weitergekommen mit dem... Oder doch, wir haben doch jetzt Diamanten, nicht wahr? Nee, haben wir nicht. Hä? Ich habe doch extra Diamanten... Ich habe doch extra Diamanten geholt. Aus dem... Oh Gott. Kann das sein? Kann das sein, dass die Solar Panels Diamanten gebraucht haben? Ja. Oh Gott, die haben Block of Diamond gebraucht. Verdammt. Ich hatte doch mit dem... Ich hatte ja, suche ich wirklich schon Dimi. Ich hatte doch mit dem Digital Miner, hatte ich doch Diamanten abgebaut. Und was ist? Nix ist. Ich habe sie wieder verbraucht. Scheiße, Mann. Das kann ich doch nicht machen. Ich habe die für... Ich habe die für die Solar Panels benutzt. Dabei wollte ich die eigentlich für... Für Red und Dark Matter benutzen. Äh, scheiße. Okay, egal. Es ist nicht so dramatisch. Tatsächlich, wenn wir mal drüber nachdenken. Hier stand der Dimi beim letzten Mal. So. Und dann stellen wir den jetzt einfach mal hier auf diesem Berg drauf. Und eigentlich müsste ich mir das irgendwie markieren, dass ich auf diesem Berg schon war, um Diamanten zu holen. Müsste ich eigentlich mal gucken. So, hier kann man jetzt noch mehr Upgrades reinmachen. Und ich habe eigentlich viel Strom. Da sollte ich das eigentlich auch tun. Na ja, egal. 68. Nein, das ist nicht egal. Ich möchte Speed Upgrades. Und zwar so viele wie möglich. Der Digital Miner kann da erst einmal stehen bleiben. Wir kommen gleich wieder zurück. So. Ich meine, wenn wir uns das jetzt leisten können mit diesen tollen Upgrades, dann soll er auch diese Upgrades bekommen. So, weil wir jetzt gerade so viel Strom herstellen. Speed Upgrades. Ja, 14. Okay. Gut. 14 Speed Upgrades, das ist sowieso mehr als er kann. Ich glaube, er kann nur 8 und die Energy Upgrades sind ja sowieso schon drin. Aber mit den Speed Upgrades geht es natürlich schneller. Darf man nämlich nicht vergessen. Ein Speed Upgrade macht eine Maschine schneller. Wo steht er denn? Äh. Da. Oder? Ist er da? Ja. Warum ist denn das Solar Panel reingerendert, bevor der Digital Miner reingerendert ist? Na egal. Ist egal. So. Upgrades. Bam. So. Energy hat er 8. Speed hat er auch gleich 8. Anchor. Oh, es gibt Anchor Upgrades. Dann wird... Dann bleibt es geladen. Das ist natürlich auch cool. So. Wie viel hat er denn jetzt? Kein Problem. Der braucht 24.000 Redstone Flags. Und der erstellt... 30.000. Hahaha. Das war doch. Das war doch.